Ja, also ich wollte eigentlich wissen und ich möchte wissen, was der Unterschied ist zwischen dieser Testwelt, die ja jetzt eine Prüfung ist und wenn die Prüfung dann abgeschlossen ist, wie es dann aussieht. Also es ist alles hier im Jetzt, aber ja, wie es dann ungefähr aussieht. Ja, ganz einfach und kurz beantwortet, dann lassen wir es gut sein. Es ist definitiv so, wenn ich sage, das ist eine Führerscheinprüfungswelt, Traumwelt. Jetzt denkst du einfach an die Fahrschule, an eine normale ausgedachte Fahrschule, da hast du zuerst einmal wieder zwei Hälften, du hast Theorie und Praxis. Wir gehen zuerst in die Theorie, du hast einen Prüfungsbogen auszufüllen, das heißt, du musst in einer Multiple-Choice-Anordnung die richtigen, rot geschrieben Fragen ankreuzen. Ich sage jetzt immer wieder, du musst die Fehler erkennen. Ist jetzt natürlich wieder gespiegelt. Merkst du, wir können jetzt wieder die zwei Seiten sehen. Wir sagen ganz einfach mal, jedes Mal, wenn du dich über irgendwas aufregst in deiner Traumwelt, das ist ein Fehler, den du anzukreuzen hast. Wenn du das sofort erkennst und du hast jetzt den Prüfungsbogen vor dir, wenn du Geist bist, bewusst und dich selbst beobachtest, ist praktisch das, was du anzukreuzen hast, denk an den Christus im Kreuz, ist jedes Mal zu erkennen, wenn du aufgrund deines Egos dich über irgendwas aufregst oder irgendwas als einseitig falsch oder verkehrt definierst. Wenn du in der Prüfung bist und sofort diesen Fehler siehst, jetzt wieder normal gedacht in deiner Fahrschule, dann freust du dich, wenn dir der Fehler ins Auge springt. In dieser göttlichen Traumführerschein-Prüfungsbogenwelt, wenn du unbewusst bist, regst du dich jedes Mal, wenn du den Fehler siehst, den du anzukreuzen hast, regst du dich auf und wirst ihn bekämpfen. Merkst du die zwei Seiten? Das heißt, du musst einen Zustand kriegen, dass du dich selber beobachtest und jedes Mal deine Aufregung, deine Erre oder das, was du bekämpfen willst, wenn du merkst, dass sowas in dir auftaucht aufgrund deines Egos, dass du innerlich zum Lächeln anfängst, weil du dich freust, dass du es jetzt siehst und dann setzt du ein Kreuz und damit eliminierst du praktisch, bestehst du die Theorie. Du eliminierst mit deinem Lächeln die Fehler. Du quittierst alles mit deinem Lächeln und machst dein Kreuz. Jetzt haben wir ja aber auch noch Praxis in der Fahrschule des Lebens. Das heißt, solange du noch in der Fahrschule, in dieser Traumwelt bist, fährst du ja schon Auto, aber du fährst den blauen Automatismus. Du bestimmst nicht selbst als Geist rot geschrieben, wo du hinfährst, sondern es bestimmt deine Logik. Das ist dieses Anstreben, ständige Anstreben von einseitigen Zielen. Wenn du die Prüfung bestanden hast und diese Fahrschule, das heißt diese Führerschein-Prüfungstraumwelt verlässt, weil du dich darüber hebst, dann bestimmst du selbst, wo du hinfährst. Das ist der Unterschied. Und nicht mehr dieses Ego spricht deinen Schwamminhalt. Und jetzt lassen wir es gut sein. Tschüss. Okay. Ciao, Udo.